Hallo Mimers, hier ist Dr. Krysion und ich spiele mal auf dem Server Revenzeit Get Down. Seit einer langen Weile habe ich keine Videos abgenommen. Zuerst war ich krank. Okay, dann habe ich Flapps rumgespackt. Dann hat angefangen jetzt mein Schneideprogramm rumzuspacken. Ich hatte so eine Aufnahme mit Full-A-Einstellung, die besten und so. Drei Stunden Renderzeit, kein Ton. Ah, ist klar, Mann, Scheiß, Sony Vegas, egal. Ich benutze jetzt leider Camtasia, aber ich glaube, es wird sogar noch bessere Qualität sein als Raps. Also, schreibt es mal in den Kommentaren. Vielleicht ist mein Ton, das ist gerade scheiße, also meine, meine, äh, meine Stimme. Das ist schon wegen Camtasia, ja und so. Aber ist doch egal, mindestens fällig aufnehmen. So. Oh, nice, nice, komm. So ein Dreckswollern sein. So, oh, da gibt es auch einen Coinblock. Nice. Oh, da hat es so zwei, die man dann schnitzeln könnte. Da kommen wir leider nicht hin. Oh, doch, oder? Oh, nein. Oh, nein, ja. Okay, nein. Oh, jetzt bin ich wegen dieses scheiß Coinblock runtergefallen, deshalb bin ich einen anderen gekriegt. Oh, komm. Oh, shit. Na, maan. Nur 350 Coins, oder? Ja. So. Alter Schwede. Die Maps sind eigentlich nicer, nicer, aber jetzt hat der sich abkackt, das ist einfach scheiße. Das ist scheiße, aber manchmal kriege ich Kopfschmerzen davon, für diesen ganzen Scheiß. Aber die sind einfach nicht kalt. Oh, oh, nice. Was, der hat schon MC Zocker 5, also der muss ein Hacker sein, weil der hat schon 1.000 Coins, aber. Oder er ist einfach so gut, du bist ein Premium, nein, also ist er kein YouTuber oder so. Nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen, einfach mal, das ist Bullshit. Also mir wird so fahren, gerade, fühl mich grad wieder nicht so gut. Also einfach nicht, dass ich krank werde. Weil, wenn ich krank werde, bin ich kaum am Arsch. So, nein, schon wieder runter. Ich hab gesagt, wie gehen, gehen. Ja, ich glaub, das russische Wort für, äh, Fanggruppen. Oh, man. Oh, jetzt kann ich hier nicht rumfluchen, wie so ein Handy. Oh, man, mir ist es so, mir ist es so. Ah, mein Deutsch gerade am Arsch. Ja. Was man auch gerade gehört und fick dich ins Klee. Der hat fast, ja, der 1.100, ja, das hat 1.800, kann man sagen. Und was, 1.100, was? 1.200 hat er was. Oh nein, er plantet. Das hab ich nur unter. Ja, so muss ich probieren zu gewinnen. Ja, ich hab hier ein, äh, Opfer. Ich hatte hier so ein Safe. Gerade, op, 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 op. Oh, 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 komm hier hin. Nein, der will jetzt nicht gerade gewinnen, der Beste. Komm. Oh nein, jetzt legt es gerade kurz bei mir. Ähm. Komm, schaff ich. Ja, oh, nein, 1.5 ist also. Ja, jetzt muss er passen, jetzt muss ich regeln. Ihr könnt jetzt probieren, also einfach den los. Und, ja, es war blind. Ja, und ihr habt noch Coins einsacken können. Komm. Hm, Gott sei, ich bin jetzt nicht mal blind. Und seit ich den Coinblock hier nicht gesehen. Aber es bringt mir sowieso gar nichts. Oh, scheiße, jetzt sind die besser. Ja, taus, ja, nicht mal 1.000 Coins. Für 700 sogar. Oh, scheiße, da muss ich probieren, jetzt zu gewinnen. Ja, ich bin jetzt ganz scheiße knapp. Komm, schaffe ich das. Und, yes. Komm, komm, komm. Hm. Komm, schaffe ich es runterzukommen. Komm, komm, komm. Es war doch gut, dass ich gewartet hatte. Ja, komm, komm, hier so. Und jetzt, jetzt hier. Und hier. Und dann hier. 1.700 Coins. Das ist schon mal, ja, nice. Immer wieder noch voll Eisen einfach. Was soll man halt tun? Kaufen wir mal eine Tierbrust. So mache ich einfach den hier. Dann mache ich hier noch ein Steinschwert. Dann mache ich noch so 10 Level drauf. Ein Speed. Ja, das ist Speer. So. Alter, mir ist gerade verkehrt. Scheiße. Schlecht. Weil ich habe meistens komme ich hier so Level drauf. Ich hab zwei. Jetzt kommt kein Schab zwei. Letzte Runde, wo ich probiert habe, auch zu nehmen. Aber da hat noch... Ja, das ist scheiße. Der Teil hat mich gegangen. Egal. Ich hab zwei. Unbreaking. Zwei. Fassbett. So, ja. Damit kann ich leben. Haben wir noch was von hier? Ja. Aber eins. Kann man leider kein Häschen kaufen. Alter, dicker B... Oh, man. Mir geht es überhaupt nicht gerade gut. Eigentlich wollte ich so eine Challenge machen und in den Kurs gehen, aber nee. Das hat einfach nicht funktioniert. Das ist mir jetzt gerade egal, warum. Mir geht es überhaupt nicht gut. Bums. Äh, stört. Hat der was Gutes gehabt? Nein, hab gedacht, der hätte mindestens einen Teil gehabt. Hey. Also, Scheiß. Gapel-User. Ja, ich hau lieber ab. Ich hab ab. Ja, so, 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 so. Keine Chance gegen mich. Weil ich grad Speed intus habe. Und ja, sie hat Chance, jetzt Chance. Einfach in diese Ecke hier. Ja, fick dich ins Kiso. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leisten, Likes. Wenn ihr Bock habt. Und was soll ich noch so sagen? Peace. Und das ist ein creepy Teil. Scra!